Die erste Herausforderung ist die Größe. Ich bin sehr gefährlich von der Leuchtigkeit, also es wird sehr kompliziert für mich, in dieser kleinen Box zu gehen und zu draußen zu gehen. Umstände, dass wir mit dem Lift an der Fassade rumturnen müssen, und das können wir nicht alles gleichzeitig machen. Ja, manchmal kann es auch etwas passieren, in der Graffiti-Arme und in jeder Menschheit. Wenn wir das tun müssen, gibt es einige Obstakel, einige Barriere, und wir müssen sie überraschen. Ich werde so einen Weg finden, um diese kleinen Probleme zu passen, oder diese großen Probleme zu passen. Ich glaube, es ist der richtige Moment, um meine Meinung zu ändern. Ja, ähm... Spezielles Gefühl hatte ich da. Ich bin mal gespannt. Eigentlich habe ich heute vor, mal mit Testweiten zu fahren. Ich glaube, es wäre ein großer Abenteuer in meinem Leben, das wäre sicher. Es ist wie ein Monster. Es ist wie ein Monster. Es ist wie ein Monster. Ich fühle mich, wirklich, ich fühle mich, wie ein knight, der muss ein Dragon in Berlin und ich fühle mich, wie ich auf der Kopf des Hauses. jetzt. Jetzt. Oh, es ist ein paar Worte. Oh, es ist ein paar Worte.